Herzlich willkommen zurück. In den vorigen Videos haben wir sehr viel Theorie behandelt, nun wollen wir unser Wissen anwenden. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass f' von x0 die Steigung der Tangente von f an der Stelle x0 bezeichnet. Die Ziele für dieses Video sind, dass du Funktionswerte und Steigungen aus einer Grafik ablesen kannst. Schauen wir uns die folgende Aufgabenstellung genauer an. Rechts sind ein Funktionsgraf und drei Tangenten dargestellt. Lies daraus die folgenden Funktionswerte und Steigungen ab. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann noch über die Ergebnisse. Also gut, beginnen wir einfach einmal an der Stelle minus 4. f von minus 4, also der Funktionswert an der Stelle minus 4 ist genau 1 und f' von minus 4 ist jetzt eben die Steigung der Tangente von f an der Stelle minus 4, also die Steigung dieser roten Gerade hier. Die können wir mit einem Steigungsdreieck schön ablesen und erhalten für f' von minus 4 damit genau 3. Dann machen wir weiter an der Stelle 1. f von 1 ist 2 und f' von 1 ist jetzt wieder die Steigung der Tangente von f an der Stelle 1. Die Steigung dieser Gerade hier ist aber 0, also ist f' von 1 0. Einen letzten haben wir noch. Eine letzte Stelle, die wir anschauen sollen. f von 2, also der Funktionswert an der Stelle 2 ist wieder 1. Und auch hier gilt wieder f' von 2 ist die Steigung der Tangente von f an der Stelle 2, also die Steigung dieser Gerade hier. Und wieder können wir sehr schön mit einem Steigungsdreieck arbeiten. Achtung, wir haben hier 2 nach rechts und 3 nach nach unten, also insgesamt minus 3 halbe.